Irgendwann einmal. Wir können es ungefähr später vorbeischauen irgendwann einmal, wenn wir irgendwen verzehrt haben oder sonst was. Wurscht. Bevor wir da jetzt noch ein bisschen herumtun, würde ich sagen, machen wir ein bisschen was. Fix. Ich glaube, kartentechnisch einmal da, ein bisschen am Eck. Da gibt es sicher noch so einiges zum Touren. Wie schaut es eigentlich aus mit unserer Mission? Unsere Mission ist da hinten. Okay. Okay. Verbrechensbeweis. Den gibt ich nachts zum Zielort. Ah, okay. Das ist dann auch wieder lauernd. Weil dann würde ich das mit dem anderen noch zusätzlich verbinden. Brudi, bleib ruhig. Meine Erwartungen sind jetzt da oben. Da oben sind jetzt meine Erwartungen. Also Brudi, gefährlicher Hase. Sehr, sehr gefährlicher Hase. Jetzt bin ich gespannt. Ja, da hat sich ja jemand geholt oder was? Hast du das schon geholt? Hast du das schon gespielt und alles drüber dran? Oh, geil. Also im Game Pass jedenfalls zumindest oder irgendwas in der Richtung. Oh, geil. Ja, theoretisch gesehen sind wir jetzt eigentlich nachts unterwegs, gell? Könnten wir eigentlich jetzt schon machen. Ja, wäre besser. Wäre besser. Oh, ja, jetzt sind wir schon da. Hätte ich gesagt gehabt, schauen wir mal. Wenn nicht alles mehr machen. Also ich muss eh da eigentlich. Ei, ei. Da soll ich eh schon jemanden spazieren. Bitte lasst mich entziehen. Ha, 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 Digger. Der nächste süchtige. Ach, du Scheiße. Der nächste süchtige. Alles klar, ja, saugeil. Oh mein Gott, geil. Feier ich gerade so dermaßen. Alles gut abgestochen. Bist, der Eppert, alter. Wird. Wird. Musst er nur schauen. Beziehungsweise Fotos kann ich von da oben auch eh auch machen, gell? Ja, sicher, alter. Schau dir das, alter. Der Hero. Der Hero. Da. Einmal lächeln, ihr G'siessenein. Einmal G'siess. Ja, okay, so lala ist halt Arsch. Ja, sowas ist halt extrem Arsch. Aber auf eine gewisse Art und Weise ist es trotzdem halt klein. Und da kann man halt natürlich mal wieder die Sucht ein bisschen... sich ein bisschen ausüben. Ja, so kann man das nennen. Da kann man viel, viel, sehr, sehr viel Protato spielen in der Zeit. Ja, aber haben wir eh auch schon gestern das Thema gehabt. Das, Bursch. Ha, 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 ha. Ein Brudi. Der muss ja was lernen und nicht schlechter werden. Bist du eppert, oder was? Ha, 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 ha. Wenn er bei mir zuschaut, wird er ja nur schlecht, Alter. Bist du wahnsinnig? Ich kann ihm nichts beibringen, Alter. Außer 0,3 cm. Das ist das einzige, was ich ihm beibringen kann. Ja, wäre, glaube ich, besser. Ah, guter Mann. Sehr, sehr guter Mann. Vielen, vielen Dank. Gönnt sich sein Mittagsschläfen. Was macht er als erstes? Donauplayer. Na schon, na schon. Ja, also auf dem Handy ist es natürlich definitiv was komplett was anderes. Auch viel, viel schwieriger, weil ich habe es ja auch schon ein paar Mal auf dem Handy gesuchtet. Und da hat es mir eher weniger gefallen. Da war es ein bisschen sogar eine zahre Partie. Wegen den Finger und alles drum und dran. Ist nicht so geschmeidig, ist nicht so geschmeidig. Oh, Eldragon. Auch sieben Streams hintereinander. Feines Ding, feines Ding. Vielen, vielen Dank. Auch ein fleißiger Zuschauer. Viel, viel besser mit dem Controller. Und wenn es nur auf der Switch ist oder irgendwas. Ist der Wahnsinn. Ist einfach der Wahnsinn. So, haben wir da vielleicht irgendwie was Gescheites? Na, gar nichts. Wo er da irgendwie was Neues lernen könnte. Oh, Fähigkeitspunkt. Ja, das ist super. Fähigkeit nehme ich immer gern. Passt. Der schwarze Juwel. Passt. Missionsstufe 4. Hört sich nicht schlecht an. Dementsprechend. Auf geht's. Oh, Digi. Ich gebe ein bisschen Tempo, oder? Tausend Meter, oder? Die zahlen sie nicht von der Lau, oder? Bis deppert. Hm, okay. Auch interessant. Also eigentlich quasi mit Maß und Tastatur viel, viel schwieriger, oder wie? Verspielst du dann eigentlich quasi, wenn du mit Maus und Tastatur, oder? Eigentlich quasi die ganze Zeit auch mit Controller. Wahrscheinlich mit dem Xbox Controller, oder sowas, glaube ich, erzählt hast, oder? Kann das sein? Ja, safe auf alle Fälle. Ja, ich bin eigentlich quasi das einzige Spiel, was ich spiele auf dem Handy, ist Invincible. Mehr nicht. Nix. Früher, ja, Pokémon Go, oder Pokémon DX, oder irgendwelche Sachen. Aber das einzige, was mich jetzt wirklich, wirklich fesselt, beziehungsweise was mir Spaß macht, wo ich immer wieder so meine 10 Minuten verbringe, dann gehe ich wieder raus aus dem Game, da komme ich wieder drei Stunden wieder rein, gehe ich wieder für 10 Minuten rein und gehe wieder raus. Das ist das einzige Game, was mich zurzeit auf dem Handy wirklich, wirklich interessiert. Ich bin gespannt. Bin definitiv gespannt, was sich die Zukunft erbringen möge, weil man kann sehr, sehr viele Charaktere machen bei dem Spiel. Sehr, sehr viele Charaktere. Oh, ich werde schon auch gegriffen. Da, Schuhele. Da. Wie steppert? Heut noch gibt's Spear Ribs, Leiland. Spear Ribs. Wie steppert, oder? Uuuu. Uuuu. Uuuu, Brudi. Spear Ribs. Oder, ich bin jetzt gleich bald ein Riebchen, wenn ich nicht aufpasse. Komm her da. Komm her da, Brudi. Komm her da. Zack, zack. Hehehehehe. Das lasse ich mir nicht gefallen, Alter. Spezialangriff. Spezialangriff lasse ich mir nicht gefallen von dir, du Teppert, als Willschweinl. Alter, bis Teppert, kannst du froh sein, dass ich nicht da oben liegen bin. Das schaut jetzt ein bisschen sehr, sehr aus für dich. Aber der Kurs sitzt ein bisschen mehr skeptisch. Hehehehe. Aber bitte, nehm das! Pfff. Pfff.